Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Weinballone. Das High-End-Produkt in unserem Weinballon-Test geht an den Kadax Weinballon. Ein Glas, so viele Funktionen und so viel Freude besonders, wenn Sie ein Genießer von Wein und Eingemachtem sind. Dank seiner Funktionalität gehört es zur Grundausstattung jeder Küche, Speisekammer oder jedes Kellers. Man kann darin auch Kraut und Gurken einlegen oder Obstlikörre zubereiten. Das universelle Produkt lässt uns das Chaos in der Küche beherrschen und Lebensmittel effektiv lagern. Schon nach einigen Wochen Anwendung werden Sie merken, dass Sie eine gute Investition für Jahre haben. Dank des soliden Produktes kann man Eingemachtes und Obstlikörre einlagern, indem man für Ordnung und gute Organisation in der Küche sorgt. Um das Getränk und Eingemachte passend zu sichern, ist es aus einem hochqualitativen Glas angefertigt, in dem der Wein oder der Obstlikör professionell gären und das Gemüse vor Schmutz, Insekten oder Bakterien geschützt wird. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Kadax Weinballon. Dieser leckere Trunk gewinnt neue Geschmacksreize dank unseres Weinballons. Das Gefäß ist für die Fermentierung von Wein und Obstlikör für den Hausbedarf geeignet. Sie werden doch zugeben, dass das ein Schnäppchen für Liebhaber edler Alkoholiker ist. Und man weiß immer, welche Zutaten man benutzt hat. Der aus dickem Glas angefertigter Glasballon verfügt über Atteste für den Kontakt mit Lebensmitteln. Im Set befindet sich ein Plastikverschluss für den Hals, der das Innere vor Verunreinigungen schützt. Wir empfehlen unser Produkt vor allem den Weinschmeckern oder den Liebhabern von leckeren Obstlikörn. Sie werden nicht enttäuscht sein. Dank der Ballonform kann man einen großen Ansatz vorbereiten oder viele Liter des Getränks aufbewahren. Es tritt in keine Reaktionen mit Alkohol oder Säuren, deshalb beeinflusst es den Geschmack des Getränks nicht. Im Gegensatz zu Plastikbehältern, die sich für eine längere Fermentation oder zum Reifen von Alkohol nicht eignen, garantieren unsere Glasballons einen vollwertigen Genuss. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Weinballon-Test ist der Ambrosio Weinballon. Weinballon mit Kunststoffkorb plus Anleitung zur Weinherstellung Für Wein und Säfte geeignet, mit praktischen Tragegriffen, Lieferumfang, ein Weinballon ohne Korken, Maße 51015202534 Liter. Alle Inhalte dieser Broschüre, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei WAMAT. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen. Bis zum nächsten Mal.